Und ein herzliches Willkommen zurück zu Nier Automata mit von Nier Gameplays als obi-juu. Und ja, wir haben letztlich, glaube ich, die Kommunikation ausgebaut. Oh. Kleine Erholung erhalten, okay. Und haben hier jetzt somit eigentlich gerade nichts mehr zu tun. Hier geht's, glaube ich, wieder raus in die Stadt oder sowas. Wieso komme ich da nicht hoch? Ah. Geht nur seitlich, dieses Stück hier. Jupp, einfach mal so runterspringen geht nicht. Okay, wir gehen jetzt wieder zurück, denn wir haben ja jetzt schon längst herausgefunden, wo es eigentlich weitergeht zur Lüse. Und das ist eigentlich so gesehen unser einziger Auftrag, den wir noch haben. Also gehen wir da mal lang. Kann hier eher gedrückt halten, dann rennt die ja von selbst. Ach stimmt, da geht's ja gar nicht durch. Das ist natürlich sehr praktisch, dass man da nicht die ganze Zeit den Laufknopf gedrückt halten muss. Einfach dann R drücken, während man läuft und dann rennt sie von selbst. Dann müssen wir nur noch in die richtige Richtung lenken. Sonst geht nicht durch Büsche, weil das bremst uns wieder ab. Ja, hier rennen wir noch. Sehr schön. So, hier geht's Richtung Wüste. Oh, ich glaube sieben, sehr schön. Was hat ein Schießer-Shop so ein Angebot? Ich habe von euch gehört. 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 Okay. Naja, vielleicht holen wir uns noch so ein paar... Eigentlich haben wir hier genug. So, haben wir 20. Ich denke mal, das ist schon genügend. Dann haben wir noch 10 kleine, so gesehen, draus Heilungen. Und dann können wir, denke ich mal, los. Irgendwie in die Wüste. Was ist denn das für den? Ich denke mal, dass man es ist. Ja? Yo, ich denke mal, dass man es tut. Ich denke mal, dass man das stammiert hat. Aber man muss seinen Schleifern weiterarbeiten. Ich denke mal, dass man die Schleifern mit einem Schleifern mit dem Schleifern gebeurs. Das tut mir, die Schleifern war nicht schuld. Aber ich denke mich, ich möchte. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Das ist immer so katholisch. Hohkoku. Von der Access Point? Von der Access Point. So, wir sollen hier irgendwo... Ich weiß schon gar nicht mehr, was sie eigentlich in der Wüste machen sollen. Ich glaube, so ist die Aufklärung. Geh mal dabei. Nee, aber obendrauf. Die Dinger machen ja gar nichts. Okay. Natürlich müssen wir ein paar Sachen einsammeln. Man weiß, was wir noch alles gebrauchen können. So, sollen wir da oben drauf oder sollen wir hier irgendwo rein? Da oben. Wie ist das, wie ist das? Mein Name ist Jackass. Bitte. Willst du uns die Zwergung der Zwergung anbietern? Dann müssen wir die Zwergung anbietern. Ja. Aber wie ist das, wie in so ein bisschen wunderschön? Oh, das? Das ist das. Wenn man sich in der Zwergung anbietern kann, dann kann man nichts tun. Knallkopf, okay. Was sollen wir da jetzt machen? Achso, wir sollen da rein. Na denn? Machen wir das doch mal. Mal sehen, was uns hier erwartet. Nicht für einen Knallkopf, die will ja knallen. Ne, da kommen wir nicht hoch. Guck mal, ein Wüstenroboter folgt. Haben wir alles? Scheint so. Das ist doch mal eine größere Wüste. Wüstenregion. Okay, weiter geht's. Viel kriegen wir hier wohl nicht zu sehen. Oh, hier haben wir gleich mehrere Aufträge. Ich such das ja noch. Was ist denn hier los? Das ist doch mal eine größere Wüste. Das ist doch mal eine größere Wüste. Ich muss���你們 zählen. Und ich muss uns anschauen. Ich muss uns aufwachen. Ich muss uns aufwachen. Das ist so schön. Oh, eine Art noch überlegt. praktisch nur wo ist das geht immer noch nicht auf die plus zwei erhalten okay und da war das geht aber nicht zu viel du bist und das geht es geht und der euer wir wir w dann das ist wir sind wir sagen Okay, die Dinger muss ich jagen, oder was? Na dann, ab hinterher. Abgelegt. Oh. Wüstenwohnungen. Aber ich würde mal sagen, so sah das damals wahrscheinlich noch nicht aus. Das war's. Hier haben die bestimmt schön gewohnt die Menschen. Hier haben die Informationen freigeschaltet und wir können speichern. Okay, hier rechts haben wir so einen roten Punkt, das heißt hier haben wir eine Aufgabe. Müssen wir nur noch dort irgendwie hinkommen. Ah, das komisch Ding wieder. Auf geht's. Ich glaub das Ding ist weg. Und wieso haben die einen Dinger da in Konnichiwa gesagt? Ich hab eine Verbeuteplatte erhalten. Auf jeden Fall müssen wir die Sachen einsammeln, die sind bestimmt auch wichtig irgendwann. Können wir wahrscheinlich gut gebrauchen. Polterdiepolter. Ich glaub wir sollten uns erstmal heilen. Ich glaub das Ding ist. Das ist ja schon wieder zwei, ne? Der kann sich wohl nur so irgendwie vorwärts bewegen. Wo bin ich überhaupt? Bin ich tot? Tatsächlich scheiße, ich bin tot. Was? Oh. Körperbericht, okay. Okay, wir müssen also erstmal meinen Körper jetzt wiederfinden. Ich meine, wir wissen ja, wo wir lang müssen, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich sterbe. Vor allem wusste ich gar nicht mehr, wo ich war. Anscheinend irgendwie hier unter ihm und bin irgendwie hängengeblieben, ich weiß nicht. Ich habe als irgendeine Richtung gedrückt und hüpfen, aber irgendwie bin ich nicht weggehüpft. So, einen neuen Charakter. Ach, hier ist er mal schon. Ja, da ist ja zum Glück mein Leichnam nicht so weit weg. Ach, hier ist er mal. Geht's. 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 So, dürfte ja gleich bei meiner Leiche sein. Du seh ich schon, dieser blaue, das blaue Männchen da. Da liege ich. Wow. Okay. Kann man reparieren. Äh, ähm, was passiert, wenn ich jetzt auf reparieren drücke oder auf bergen drücke? Okay. Okay. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Der Mantel scheint ihn zu schützen. Der Mantel scheint ihn zu schützen. Der Mantel scheint ihn zu schützen. Okay, alles nur, weil ich gegen den Arm geschossen habe. Neu-Stuhl erreicht. Ich bin lacht. Wir können nicht speichern. Ich glaube, erst wenn wir wieder diesen weißen Klingel drin sind. Hier können wir wieder speichern, ja. Eliminiere die Maschinenwesen der Wüste. Ah, das ist mein Auftrag. Okay. Jetzt weiß ich es wieder. Okay. Wir machen aber erst im nächsten Teil weiter. Jetzt haben wir ja doch mal ein bisschen neue Gegner kennengelernt. So komische Raubdinger, die so aufgestockt sind. Wie bei Super Mario da. Diese Stachelkugel aufgestockten Dinger. Da machen nix, aber ich bringe ein Schaden, wenn sie gegen einen laufen. Ja, und deswegen hat er dieses kleine Riesenvieh da. Kleine Riesenvieh. Aber gut, okay. Einmal sind wir gestorben und wir haben den, aber eine Errungenschaft dadurch bekommen. Von wegen, ja, Todviehderkehr oder wie auch immer. Ähm. Ja gut. Mal schauen, was noch so kommt. Mal gucken, ob wir dieses kleine Vieh da noch irgendwie kriegen in den Roboter. Und, äh, ja. Viel Spaß noch bei mir auf der YouTube-Seite. Wenn es euch gefällt, ihr dürft gerne einen Daumen nach oben drücken. Und ein Abo, damit ihr nichts verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Teil. Auf Wiedersehen. Tschüss.